So, hör mal auf, also der Film Anne Will, neue Sendung, habt ihr das noch nicht, die erste Sendung von Anne Will? Klar, haben wir fertig, ne? Ja, super. Kannst du gucken. Die macht ja am Sonntag ihre erste Sendung und wir haben jetzt schon mal einen kleinen Ausschnitt exklusiv. Geht los. Anne Will. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Anne Will. Und wie ich will, das kann ich Ihnen sagen. Mein erster Gast heute Abend, der total durchgeknallte Irre der CDU, der Waffener auf Rädern, der Bundestrojaner, unser Innenminister Wolfgang Schäuble. Vielen Dank, Frau Will. Zunächst einmal möchte ich Ihnen, weil Sie, Herr Innenminister, sagen, dass Sie viel besser ausschauen, als die abgehalte Fregatte, die den Schmus hier vorher moderiert hat, nie war. Vielen Dank, Herr Schäuble. Online-Durchsuchungen, Terroristen totmachen, Waffen für alle, nur um Ihre Forderung der letzten Woche zu nennen. Wann haben Sie das erste Mal festgestellt, dass Sie total durchgeknallt sind? Das muss so vor ein, zwei Jahren gewesen sein, Frau Will. Da hatte ich verschiedene Stimmen in meinem Kopf, die mir auch sagten, wir sind alle in großer Gefahr. Der große, böse Wolf wird kommen und das Kanzleramt umpuschten. Respekt, Herr Schäuble, Sie haben wirklich einen an der Ormel. Aber werden wir mal konkret, warum sollte jeder eine Waffe zu Hause haben? Ich denke und ich bin der Überzeugung, wenn wir alle wieder mehr gemeinsam aufeinander schießen, dann werden auch zwangslag wie Terroristen getroffen und damit wird das Problem gelöst. Vielen Dank, Wolle Schäuble. Das war's von Anne Will. Nächste Woche bei mir zu Gast, das London-Luder des Sonntagstalks, Sabine Christiansi. Vielen Dank. Will, wir muss jetzt hier aus. Einfach aus. Vorsicht, Vorsicht mit dem. Ja. Ja. Das war super. War schön, war schön, Herr Schäuble. Hä? Schön. Wahnsinn.